Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist ja leider schon wieder der Heimfahrtag und dementsprechend gibt es jetzt noch so eine 900 Höhenmeterrunde auf den Monte San Giorgio. Coole Aussicht, cooler Trail und ja nicht zu lange, das passt perfekt. Heute ist deutlich weniger los wie beim letzten Mal. Geht relativ idyllisch durch die Weinplantagen durch. So schön. Ich glaube, er verarscht mich. Aber ich bin mir nicht sicher. Mir gefallen heute die Romantik-Kultur. Von nun an ging es wieder richtig Mountainbike-mäßig bergauf. Puh. Die GoPro hat sich übrigens mal wieder aufgehängt. Daher mit dem Handy. Das ist diesmal die brave Achter. Die hängt sich nicht so oft auf. Aber hin und wieder halt doch auch. Letztes Mal haben wir ja schon festgestellt, dass es hier super flach bergauf geht. Dementsprechend schieben wir heute mal. Nach dem doch ziemlich steilen Schiebestück geht es dann erstmal wieder flach rüber. Aber jetzt ist dann gar nicht mehr so weit. Noch so 150 Höhenmeter. Nudeln. Oh nein. Ich freue mich zwar. Vielleicht kocht er nachher noch Nudeln. Aber jetzt heißt es erstmal Bergaussicht genießen und Trail. Hunger. Ja, die Aussicht auf Essen hat den Nico dann recht schnell den Berg rauf getrieben. Wobei, wenn es steil und unwegsam ist, dann ist er eh immer sehr ehrgeizig. Jetzt haben wir jeden Tag das Wetter gelobt. Und heute haben wir sogar noch den Wetterbericht gecheckt. Nur Sonne. Und was tut es? Sieht man es? Es graupelt. In den Haaren sieht man es ein bisschen. Da liegt schon was. Krass. Sehr gemein. Aber wir sehen auch blauen Himmel. Wird schon wieder erwehren. Sieht man es ein bisschen deutlicher. Auch am Boden liegt schon einiges. Und ihr hört es bestimmt auch rieseln. In den Haaren liegen jetzt auch schon ein paar Boppel mehr. Die Pesta wird jetzt nämlich Schneefilmerin, hat sie sich gedacht. Und filmt jetzt jede Flocke. Genau. Sind wir gleich oben. Heute ist Sonntag. Heute ist schon deutlich mehr los. Und mit dem Graupel hat es voll abgekühlt. Man sieht den Atem. Krass, ja. Aber die Sicht ist trotzdem ganz cool, finde ich. Weil man sieht trotzdem über den See. Und da es so düster ist, zeichnet es das jetzt alles voll gut. Also sieht schon cool aus auf alle Fälle. Der andere Berg, den wir sonst heute machen hätten wollen, ist da hinten den Wolken. Und von dem her haben wir es ganz gut erwischt. Und damit ging es für uns dann auch schon wieder auf die Abfahrt. Diesmal haben wir oben nicht so lang verweilt, weil irgendwie gefühlt wie auf dem Volksfest. Wenn da mal 20, 25 Leute rumstehen, dann ist es einfach nicht so gemütlich. Und wir wollen ja sowieso noch Nüdlichen kochen. Deswegen gab es auch großartig keine Brotzeit. Wobei, ehrlich gesagt, ein Stück Salami haben wir schon gegessen. Aber ja, ein bisschen eingepfergt. Zwar mit Corona-Abstand, aber das war es dann auch. Und das wollten wir nicht filmen. War einfach nicht so gemütlich wie sonst. Der Trail ist aber trotzdem so schön wie immer. Oben ist der recht einfach, würde ich sagen. Also da ist es wirklich flowig. Und der wird dafür dann im Mittelstück ein bisschen knackiger. Und vor allem, da war es relativ knackig, weil wenn die Felsplatten dann nass werden, dann sind die teilweise einfach rutschig. Das ist ein bisschen wie so Marmorplatten. Also ja, das ist nicht mehr so fahrradfreundlich. Aber da ging es noch. Und dementsprechend bleibe ich dran. Passt alles? Alles gut? Ja, wie ihr seht, habe ich immer noch keine Routine im Vorausfahren. Ich kapiere immer noch nicht so ganz, ob mein Hintermann jetzt dran ist oder nicht. Ich bin irgendwie zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Aber ein bisschen nachfragen ist ja manchmal auch ganz witzig. Ui, seht ihr es? Da fliegt der Dreck schon weg. Also es war einfach diesmal so, dass die Reifen halt nass waren. Dann haben die so ein bisschen die Erde aufgenommen. Und dementsprechend wurde es auch da oben schon ein bisschen rutschig. Aber eben noch nicht so schlimm. Aber dann sieht man auch den Dreck wegspicken. Bisschen viel, habt ihr es gehört? Habe ich mir also nicht eingebildet. Aber man muss als Radfahrer natürlich immer so tun, wie wenn es nicht ganz so schwer wäre. Deswegen sind ja auch fast alle Trails nur S2. Und erst wenn man dann schon gar nicht mehr zu Fuß gehen kann, dann darf man sich sagen, dass es vielleicht Schwierigkeit S3 sein könnte. Und da jetzt nochmal für alle, die sich mit den Wegeschwierigkeiten vielleicht noch nicht so sehr auskennen sollten. Da gibt es eine Kategorisierung für Biketrails. Die geht von S1, manche sagen auch S0, bis S5. Und da ist es eben so, dass S0, S1 ist super fahrbar, super flowig. Könnte vielleicht noch mit so einem Kinderanhänger oder sowas locker gefahren werden. Und S1 ist dann schon mit leichten Absätzen, aber noch keine Absturzgefahr oder ähnliches. S2 wird dann schon ruppiger. Also wie gesagt, der Großteil der Trails, die wir eigentlich so als cool empfinden, wo nicht langweilig sind, da wir trotzdem schon ordentlich fordern, die sind eigentlich S2. S3 wird es dann mit Spitzkern, wo man Hinterrad versetzen muss und Absturzgefahr. Und S4 und S5 ist im Großen und Ganzen fast unfahrbar. Also S4-Stellen fahren wir hin und wieder noch, fährt der Martin auch ganz gerne mal. Das sind halt dann extrem krasse Spitzkernen mit Absturzgefahr und allem drum und dran. Und S5 fährt keiner von uns. Also das fährt vielleicht mal so ein Tom Oehler oder so, aber ist eher so eine Kategorie, da hat man halt noch ein bisschen Spielraum nach oben gelassen, dass man, falls sich die Technik noch so sehr verbessern sollte und auch das Equipment noch so viel besser werden sollte, dass man da eben noch ein bisschen Spielraum hat. Hopp, 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 oh, verkackt, verkackt. Das Gute ist ja, wenn man vorne absteigt, muss der Hintermann meistens auch runter. Ich glaube, das gibt keine Nudeln heute. Nein, nein, nein. Und hat es noch Nudeln abgegeben oder nicht? Was meint ihr? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, wie ihr das einschätzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fertig ist es. Mahlzeit. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Für uns gilt es noch Essen und dann geht es ab nach Hause und morgen ins Büro. Naja, hilft nichts. Guten Appetit. Ciao, ciao. Tschüss.